ja weil du dann alles machen kann es bei den Gott spielen kann hat man eine Fackel ja ich war hier wir geben bessere Schwert für dich das andere kann zum Auto geben das ist scheiße fuck you was er hat auch schon eins oh scheiße welches hat Mauser das mit der Krit-Chance oder das normale er hat ein normales also er hat selber sich eins gemacht und ich hab dir eingegeben mit Grit-Walle und ne Falle ich hab mir was gehört ja dankeschön an ich hab das Herz ich hab das Herzkristall noch nicht eingesetzt genutzt es gewann jetzt nur für die Zuschauer ist nicht dass ich vergessen hab nee 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 die Strohle Zee wo ist weiter ich nehme den untersten Block ich kann so umgehen Frank du den in der Mitte was der Hölle einfach weitergehen einfach weiter mit dem Panzer was gut na oh mein Gott oh mein Gott ich sehe etwas Edelstahl Hau Schicks das sind aber die häufigsten Edelstähne die es gibt ist mir scheißegal ey es machte was hält ich dir jetzt ins Wasser scheiß auf Schrägen mir ein paar Glow Sticks mit Bitch Glow Sticks ich sterbe ich bin ich auch auch in Schaden aber was war die Orten finden und ich doch gleich wir machen wir die Terraria viel weniger als in Minecraft Anis nur ein Verschwerd kann man sich fortbauen Na du kannst sie verkaufen und sie bringen dir ganz schön viel Kohle ja aber sonst nicht er bekommt ihn nur und natürlich dankeschön gerne ins ist eine Falle ich habe immer noch keine Focke ich werde der Magier ja okay ich habe schon zwei Punkt dort wo auch das ist das bringt so viel ja ich weiß aber ich möchte mal gewährt gut dann werde ich mal diesmal der Anmerkampfer okay ja ich bin ich bin als der Bogenschütze wo ich muss mich hier mit einem Ultrafil-Monstern prügeln und gleich wieder zu ich bin ein Ort im L ich will jetzt wenn die da um ein Geld rum und wollen sich darauf einruhen vor kann man sich damit das wird ganz einfach einst Prozent Prozent Aarman Bickei und du musst einmal weg Prozent Prozent waren sich für die Schöne an die Bogen bauen ja auch ein Netz und feine muss man sich um die Hälfte ja ich das mache ich hier ich schütze Quang von diesen wird zum Beispiel die Portemonnaie Kiste Prozent Eisen und Holz waren geweckt dass mein Zombie Scheiße ich komme hier nicht durch ich form weiter Augen und herr kam herr kam er erst mal schaden der Kaufschicht auch von Städt das ist ein bisschen nicht hoch ich gehe wieder hoch lassen ausbauen und dann haben wir uns nicht Schopenhauer heißt es kommt ach saß der Kamikaze alles Rotterdam und Sterben bei Ortsleben Spiegel Schimpfen Schultzen so zu st beim Pringern vor uns dort mit nach geht es jetzt sterbe jetzt ich kann möglich er kann nicht so ich bin jetzt da also ich bin das Rauschkorn ist raus du musst nach rechts gehen es dort mehr leid so besser ja nach rechts musste gehen worden die Fackel bringt nix anwohnt nur ein ich will nicht haben jedoch will sterben aber nein das war nicht in Absicht denn das ist nicht so aber ich wurde gekoept ich konnte es tun wie und wer ist aber du musst auf den Grabstein gucken die Bomben aussteht weißt du es aber da kommt auch mal den hab ich mitgebracht ich war ein Erlungs drauf gucken er kann ja auch noch nicht so ja wohl kommen auch schlampfer an er ist dagegen er ist dagegen ich wollte er was auf ewig hier drin bleiben aber kann uns vorher noch schreien Post oder lauter die Brotel ich muss das häschen tüten es schulden kommt schon der macht ich soll es leisten war morgen macht er von Bogen solch ein anbost er war noch Gold anbost Ampett gebrochen Ampett Machen Gold Ampett auf dem Tisch war auf dem Tisch was bleibt und erhoben erweckt ist Beuysenhof war das nicht geiler geworden das ist ein ich habe gar keine Erze der beste das ist ein Wurzungsfrei dem ist einfach nur nur deswegen hat er keine herbst er hat keine erbse nach leute so macht er jetzt erst mal einen ordentlichen penis bogen kornbogen hat was im bogen orte macht oder alter ich hasse dich ich nicht so weil du ein scheiß schwarzer kock bist weil ich hab dir einen super schlechten bogen gemacht ich muss ja noch ein eisenbogen macht ich mach dir noch ein jetzt habe ich drei bögen krank was mache ich jetzt höchst du mich verhaalt okay bauen ist ja eigentlich sehr vereinfacht die akku nicht wenn ich jetzt weg ich muss selber noch nein geh weg nein ich werfe dir einfach alles zu kommen nein nein krieg dich war auf da weh da meine eichel auch keiner will deine eichel boah der blick zu mich verarfen ein anscheinend ja schon weil ich mache jetzt die Welt schön ich mache jetzt die Welt schöner ich mache jetzt die Welt schöner what the fuck geklaut ich hab' Blasrohr ha 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 ja es ist meiner half арm ja ha 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 la ne ich schieße den zombie ab mit meiner super coolen wistel tim ist das girl okay passende haarfarbe hat er schon mal aber krank ist es auch nicht ganz lustig aus du bist nicht lustig ich mag ja will ich ja aber es geht nicht doch es geht du musst nur dran glauben lauer ein Lohr so eine Lohr und wird auf den Boden hauen der drunter ist das ist erst mal so einer in der anderen Oberfläche es sind auch wichtig es ist nicht wahr wenn ihr damit dem Gras die Portfolio auf dem was ist zufällig ähm Samen mehr aber Eisen ich muss meine Wüste nachladen HH ich kann nicht ich kann keine Samen sammeln du weißt ich hab keine Hoden Schuhe Campion und bei der Nieder ich brauche was zum zaubern kann ich mir was zu zaubern ich habe es weil wir gehen jetzt in die Höhle kommen ein ich will nicht wir wollen uns jetzt hier gerade runter nein ich will erstmals sein zum Beispiel ich will gern gehen denn die Höhle und dann muss ich erst mal die Haare gehen so sieht so aus und auch noch Gleitgel für den Bissleck aufhörig an ich habe den Charakter nicht erstellt also er hat das wird dann ja eben da hat er immer erstellt was es ist so sie doch auch ein paar jahre ging erstellen bei dem okay im Minister das mit Kisten da ist die Kiste aber vor allem aber vor allem die in der oder er 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 ein haben wir alles wo es nicht ist vor allem als ein Spiel oder der ich habe leute alles es hat er gehört ach dies ist dieses Ding da das Dings macht na das heißt dass ich akkuliert genau das stimmt das Anliegen aus ja nicht denn es wüsste ja ich jetzt danke wenn ich auch schon wollen er wollte das Wort was gerade unterbaut ich im linken und rechts dann kann ich brauche es braucht sich hier ich werde ich auch immer mehr du weißt auch ich habe dich keiner will mit der Städte Geldleute ich habe mich vor gestorben die Zeit ich glaube es ist die Korruption wünscht mir viel Glück Dankeschön als auch ich habe ich komme um dich zu fäten ich bin längst ich auch die Ausstattung da ist es so geht das schnell der riesige riesige riesiger Worm der mich töten will ist das so okay okay ich hase dich ich hase dich nein nein das hast du nicht gesagt ich bin tot nein krank musst du nicht du musst nur fest dran glauben okay jetzt bin ich wirklich tot vielleicht jemand von mir angefangen kam aufzunehmen gestern los geht's weiter Moment warte ich muss schnell nachschauen so das immer wieder komm in mir wenn du leben willst wo oh ich sehe das ach es in mein Arsch gekrochen wow und jetzt muss ich aufleihen was ein Arschkriecher voll der Arschkriecher Alter warte gerade weiter runter so Leute ich möchte mich entschuldigen dass ich vorher nicht tschüss gesagt habe und jetzt vorhin nicht hallo hallo ich muss aufrein gehen okay dann war es das für diese Folge ihr Nud und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wenn ich euch wieder begrüße und ich sag euch jetzt tschüss 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 tschüss